Wenn der Menschen tötet Unser Hund Die Watusi in Zentralafrika lassen ihre Rinder gelegentlich zur Ader, um Blutwurst zu machen. Ihr Fleisch essen sie ebenso wenig wie das von Ziegen, Schafen oder Hühnern. Selbst von Eiern wenden sie sich ekelerfüllt ab, weil sie eine Art Kot sind. Ein Afrika-Reisender wurde nur deswegen ermordet, weil er ahnungslos vor entsetzten Negern eines anderen Stammes Eier aß. Es kann lebensgefährlich werden, wenn man fremde Sitten und Sprachen nicht kennt. Das gilt erst recht für den Umgang mit Tieren. Eines Tages brachten fast alle unsere Tageszeitungen Meldungen über einen aufregenden Unglücksfall in Schnellsen bei Hamburg. Während die Familie ab beim Kaffeetrinken saß, war der Terrier Seppel im Garten in den Korbkinderwagen gesprungen und hatte das sechs Wochen alte Töchterchen getötet. Die Großmütter, die nach dem Kinde sehen wollte, fand den Hund, der sonst so freundlich war am Kinderwagen, und den Säugling schwer verwundet. In einem anderen ähnlichen Falle hatte man einem kleinen Hund viel Alkohol eingeflößt. Er sprang in einem Kinderbett empor und biss einen drei Wochen alten Säugling so schwer in den Kopf, dass sogar das Gehirn verletzt wurde. Das Kind kam zwar mit dem Leben davon, wird aber vermutlich Dauerschaden davon tragen. Im gleichen Jahr brachte der Schäferhund Axel ganz Frankfurt in Aufregung. Die Polizei musste ihn tot schießen, weil er auf dem langen Heckenweg in Eckenheim eine tote Frau bewachte, der alle Kleider vom Leib gerissen hatte. Das Tier hatte der Getöteten furchtbare Schenkelwunden gerissen, ließ aber niemanden an sie heran. Der Besitzer des Hundes Axel hatte sieben Jahre lang bei dem getöteten Dame als Untermieter gewohnt. Das Tier wurde den ganzen Tag im Zwinger gehalten, war sehr scharf, hing aber sehr an den Familienmitgliedern und auch an der Dame, die später durch ihn umkam. Er winselte oft, bis jemand herankam und ihn streichelte. Die korpulente und herzleidende Frau hatte Axel wie schon öfter aus Mitleid zu einem Spaziergang mitgenommen. In diesem wie in ähnlichen Fällen vermutet man oft, dass der Hund tollwütig gewesen sei. Bei näherer Untersuchung des toten Tieres erwies sich aber immer, dass die Tiere nicht an dieser ansteckenden Seuche erkrankt waren. Tollwutfälle treten nicht aus heiterem Himmel auf. Die Seuche muss in der Nachbarschaft schon vorgekommen sein. Und außerdem benehmen sich die Hunde dann so ungewöhnlich, dass es wenigstens dem Besitzer schon auffällt. Bei der Untat Axels nahmen viele Leute erst an, dass die Frau wahrscheinlich unterwegs einen Herzschlag erlegen sei. Und der treue Hund habe ihr helfen wollen und ihr dabei erst die Kleider und dann den Körper zerrissen. Man bemitleidete den braven Schäferhund, dem seine Treue mit einer Kugel durchs Herz belohnt worden war. Die Sektion ergab jedoch, dass die Verstorbene noch lebte, als der Hund sie so furchtbar zugerichtet hatte. Immerhin war sie allerdings wohl schon bewusstlos. Es mag nie zu klären sein, ob sie den Herzschlag durch den Schrecken über das bösartige Verhalten des Hundes erlitt, oder ob gerade dieser Hundeangriff erst nachträglich durch die Bewusstlosigkeit und das Umfallen ausgelöst worden ist. Ich habe mir gerade über diesen Vorfall viele Gedanken gemacht und bei meinen Erkundigungen bin ich auf einige ähnliche Fälle gestoßen. Schon aus meiner Jugend ist mir die Erzählung von einem Mann in Erinnerung, der nachts davon aufwachte, dass seine große Docke zähneflätschend über ihm im Bett stand. Er konnte ganz langsam und unmerklich die Hand bis zu dem Revolver auf seinem Nachttisch schieben und den Hund dann erschießen. Im August 1954 stürzte sich ein Dobermann auf seine Besitzerin, die hingefallen war. Sie musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Vor einigen Jahren töteten zwei Boxer in der Umgebung von München eine Frau, die ihn im Zwinger anstelle der verreisten Besitzerin Futter gab. Zwei andere Boxer zerrissen den Züchter, als er sie im Zwinger schlagen wollte. So lassen sich sicher noch manche ähnliche Fälle zusammentragen. In dem Fall des kleinen Terriers Seppel, der das Kind im Korbwagen getötet hatte, stieße ich bei meiner Erkundung auf eine überraschende Lösung. Die Tageszeitungen hatten meistens angenommen, dass der kleine, gar nicht bösartige Hund eifersüchtig geworden war. Bis zur Geburt des Kindes verwöhnten ihn alle und dann war er plötzlich beiseite geschoben, so nahm man an. In Wirklichkeit aber hatten die Eltern den Korbkinderwagen schon vor der Geburt ihres Kindes gekauft und dem Hund erlaubt, in diesem Wagen zu schlafen. Er sah ihn also als sein Eigentum an. Im ersten unbeaufsichtigten Augenblick, als nämlich die Familie beim Kaffee saß und der Wagen mit dem Kind im Garten stand, wollte er seinen alten Lagerplatz wieder einnehmen. Er sprang in den Korbwagen, fand da einen Fremdkörper vor, eben das Kind, und versuchte es hinaus zu kratzen. Dasselbe hätte er auch mit einem Stein oder irgendeinem anderen Gegenstand getan. Tatsächlich drückt das Baby nur Kratzspuren, nicht eine einzige Bissverletzung. Die Neger, die den Eier essen in Afrika-Forscher töteten, hatten seine Sitten nicht übler missverstanden, als hier die Hundebesitzer das Wesen ihres Terriers Seppel. Ein Freund von mir, der heute ein vielbeschäftigter Tierarzt in Berlin ist, hat eine Doktorarbeit gemacht, welche die Beteiligten wohl zeitweise arg verwundert haben wird. Polizeihundeführer mussten sich spitternackt ausziehen und mit gebeugtem Kopf auf die Erde setzen. Die meisten Hunde fanden ihren Herrn unter den Nackedeis nicht heraus. Sie kannten eben nur den Kleidergeruch ihrer Herrn, nicht aber den Geruch des Körpers. Nur die Hunde, welche schon sehr lange und eng mit ihrem Herrn zusammenlebten und mit ihm auch oft gebadet hatten, ließen sich nicht täuschen. Wenn die Hundesbesitzer ihre Kleider und Mänkel tauschten, so folgten die Hunde überwiegend mehr dem fremden Menschen in der Kleidung ihres Herrn als diesem in der Kleidung eines anderen Menschen. Hunde sehen nicht gut. Die meisten von ihnen können ihren Herrn auf mehr als 30 Meter Abstand dem Gesicht nach nicht erkennen. Sie sind eben Riechtiere und unsere Kleider, in denen sich alte Körperfette, Speise- und Tabakreste, Staub und Rauch festgesetzt haben, duften für die riesigen, hochempfindlichen Hundenasen ganz anders als unsere Körperhaut. Der Hund Axel, der die freundliche Dame nur gelegentlich zum Spazierengehen sah oder besser gesagt roch, mag erst versucht haben, die halbbewusstlose an den Kleidern hochzuzerren. Als er diese weggerissen hatte, war sie unbekleidet, auf einmal fremd für ihn. Ich habe ein paar Monate meines Lebens damit zugebracht, herauszufinden, wie weit Pferde Rechts- und Linkshänder sind. Unter anderem stellte ich eine Stute dabei in einen engen Stand und schob eine Schüssel mit Hafer so nah vor die Nase, dass er sie beinahe erreichen konnte. Beinahe, aber eben doch nicht ganz. So ein Pferd wird ebenso ungeduldig und ärgerlich, wie uns das in ähnlicher Lage ergehen würde. Es will etwas tun, um an den duftenden Hafer zu kommen, und es fängt mit einem Vorderbein zu schachen an. Das ist sinnlos, denn der Hafer kommt dadurch nicht näher. Aber das Pferd muss seine Erregung irgendwie loswerden, und weil es nichts Sinnvolles tun kann, springt diese Erregung in eine ganz andere Instinkthaltung über. Psychologen nennen das deswegen Übersprungshandlung und wissen eine ganze Menge Beispiele dafür zu nennen. Der Rehbock, der den anderen Bock gern wütend angreifen möchte, aber andererseits Angst davor hat, beginnt plötzlich zwischendurch nach Grashalmen zu schnappen, kaut, aber schluckt sie nicht. Hähne picken in so einer Lage sinnlos Erdkrümen auf, andere Vögel fangen an, sich das Gefieder zu säubern oder vorübergehend sogar eine Schlafstellung einzunehmen. Wer unbedacht vermenschlicht, sagt, der Rehbock will den Gegner zeigen, wie sehr ihn gerinn schätzt. Es wagt, mitten auf dem Schlachtfeld noch zu frühstücken. Auch hier entlädt sich aber die Wut nicht in der Angriffshandlung, weil es noch durch Angst gehemmt ist. Sie springt auf ein anderes Gleis über und eine Instinkthandlung ganz anderer Art rollt ab, die nicht dazu passt. Ein kleiner Fink, der von einem nachjagenden Raubvogel im letzten Augenblick ins Gebüsch entflohen ist, fängt auf einmal zu singen an. Auch wir Menschen kratzen uns gern hinter dem Ohr oder schnäuzen uns die Nase, wenn wir gehemmt sind. Das heißt, unsere Tätigkeitstrang springt ebenso sinnlos auf einmal zu Instinkthandlungen der Körperpflege über. So kann bei dem Hund Axel, als er mit seinen Hilfsbemühungen nicht weiterkam, die Erregung plötzlich in eine Angriffshandlung übergesprungen sein. Die gar nicht in die Sachlage passte. Man fand das Fleisch des Opfers in seinem Magen. Hunde sind Nachkommen von Wölfen. Wölfe leben in ihrem Rudel nicht gleichberechtigt und in Liebe zusammen, sondern sie haben einen Chef, der die anderen tyrannisch kommandiert und eine ganz bestimmte Rangordnung. Sie ist vor 50 Jahren zuerst bei den Hühnern entdeckt worden. Jedes Huhn weiß, von welchen Mithuhnen der Schar es sich hacken lassen muss und welches es seinerseits hacken darf. Man könnte geradezu eine Rangliste im Hühnerhof aufstellen. Diese strenge Gesellschaftsordnung hat man inzwischen bei fast allen gesellig lebenden Tieren festgestellt. Ich selbst bei unseren Pferden. Der junge Löwe möchte einmal im Rudel aufrücken. Er will allmählich in eine höhere Rangstufe einnehmen und endlich selber König werden. Je größer und stärker er wird, umso öfter sucht er Streitigkeiten mit seinen Vorgesetzten. Er lauert auf Zeiten, in denen dieser krank, verwundet oder niedergedrückt ist. Auch uns Menschen ist es ja angeboren, genau wie die Säugetiere immer und wenn auch nur unbewusst, so eine Rangordnung zu bilden. Wenn wir nur länger Zeit in einer Schar zusammenleben. Jede Schulklasse weiß sechs Wochen nach der Versetzung, wer unter den Jungen der Boss, wer der Zweit- und Drittstärkste und so weiter ist. Für den Hund, der in einer Menschenfamilie lebt, sind diese Menschen sein Rudel. Er verhundlicht uns so, wie wir gern unsere Vorstellungen die Hunde vermenschlichen. Ist es ein kleiner, dem Wesen nach unterwürfiger Hund, so wird er sich immer als Rangtiefster in diesem gemischten Rudel vorkommen. Er wird sich nie auflehnen. Bei charakterstarken, selbstbewussten und womöglich noch körperlich großen Hunden ist das anders. Sie haben das Bestreben, im Rudel aufzurücken. Am liebsten selber Chef zu werden. Sie lehnen sich also gelegentlich auf und sie fügen sich nur, wenn man ihnen zeigt, dass man stärker ist. Ich habe Hunde gekannt, die bösartig knurrten, wenn man sich dem Sofa näherte, auf dem sie sich bereits niedergelassen hatten. Und ein Dackel, der sich das Oberleder biss, wenn man ahnungslos ihm auf die Füße und dem Tisch trat. Ich bekomme manchmal Briefe von verzweifelten Hundebesitzern. Der Hund folgt der Frau, aber nicht ihrem Mann. Ihn beißt er. Die Frau verprügelt den Missetäter sofort, aber das hilft nichts. Der Hund wird immer aufsässiger gegen den Ehemann. Natürlich müsste dieser den Hund schlagen, wenn er angreift. Denn es muss ja die Rangordnung klargestellt und nicht nach menschlichen Gesetzen eine Untat bestraft werden. Bei den Unglücksfällen, die ich oben aufgeführt habe und von denen ich sonst gehört habe, waren die Mörder immer Ketten- oder Zwingerhunde, soweit überhaupt etwas darüber gemeldet ist, wie sie gehalten wurden. Ein Hund, der in der Familie lebt, vielleicht im Schlafzimmer schläft, zum Mittag unter dem Tisch sitzt und abends mit seinen Leuten spazieren geht, kennt sie allmählich haargenau, ob sie nun in der Badewanne sitzen, die Mäntel vertauschen, ihren eigenen Geruch gelegentlich mit Wendelwasserparfüm oder neuen Seifen versklaven oder mit einem neuen Konfektionsanzug ankommen. Ein Zwingerhund sieht dagegen seinen Herrn oft nur eine Stunde oder Minute am Tag und meistens in ähnlicher Kleidung. Er lernt viele Hausgenossen gar nicht näher kennen. Deswegen macht er mit vielen von ihnen auch nicht aus, in welchem Rangverhältnis er zu ihnen steht. Ein Stubenhund ist entweder der Rangtiefste oder er wird als bissig und gefährlich abgeschafft. Ein Kettenhund ist sich meistens gar nicht darüber klar, dass er in der Rangtiefste im Ganzen anwesend sein soll. Er drängt darauf, das erst einmal mit jedem Einzelnen anzufechten und er bekommt nur keine Gelegenheit dazu. Wie wenig kann sich so ein großer Schäferhund im engen Zwinger austoben? Wie springt er am Zaun hin und her, bellt jedermann wütend an? Diese Erregung, die sich ihm an den Tag und Wochen anstaut, kann man dann leichten Angriffshandlungen überfließen. Haben sie schon einmal einen Hund tot auf der Straße liegen geblieben sehen, wenn zwei miteinander kämpften? Backpfeifen sich verliebte Kater auf einem Dach um eine Kätzin, so bleibt doch keiner auf der Strecke. Ein Rabe kann wirklich nicht dem Mitraben das Auge aushacken, nachdem er beim Beutetier zuerst zielt. Wenn der eine Hund sich im Kampf unterlegen fühlt, nimmt er eine Demuthaltung ein. Er bietet den ungeschützten Nacken dar oder wirft sich sogar auf den Rücken, sodass der andere ihm Kehle und Bauch zerbeißen kann. Im selben Augenblick kann der andere einfach nicht mehr zubeißen. Seine Wut ist gehemmt. Das Tier tötet nicht den eigenen Artgenossen. Der Löwe tötet nicht den Mitlöwen. Tiere fechten nur sportlich aus, wer stärker ist. Wir Menschen werden wohl für den Hund Mithunde und Rudelgenossen. Deswegen lernen wir aber nicht die Hundesprache, verstehen wir, die angeborenen Hundesatten nicht. Ein Mensch, der von einem wütenden Hund angefallen ist, kann nicht wie ein unterlegener Hund durch eine Demuthaltung die Wut des anderen lehmen. Jeder Mensch wird sich bis zum Letzten gegen den angreifenden Hund wehren und so steigert er dessen Wut immer mehr. Hundesitten und Hundebräuche bleiben uns doch unvertraut.